Also, es gibt auf jeden Fall so ne Pasta, die so relativ dick ist Ne, ich mein so richtig extra so ne Nudeln, die als Stroh haben angefertigt Diamantikol, wo bleibt der Jungs, ich bin enttäuscht, sage mal Ich hab PPSH PPSH, wisch ich mir ne Arsch mit ab, Mann Ich hab immer müde, macht der Mann Ja, kein PPSH, hab ich ne Arsch ab Das war ein bisschen, aber ich muss gleich mein Headset laden, wenn ich weg bin Und bin ich weg Brauchen wir hier kurz noch Unterstützung, ich muss jetzt grad mal meinen Wann ja, in die Welt ist ja nicht Das wir uns hier auch genauer landen erträgt Was du in den Arsch abwischen hattest, ist das ja immer nur ein Studio Aber dann nimmt mir da nicht jede Platte weg, Mann Das ist ja, ey, leh Du bist ja eins, ja Ohohoho, 15600, mach ich auch mal Arsch, ey Keine Munitionskistole Ja, ich hab dich nicht holen Nae? Ne, nicht holen Ab auch noch ne Drohne Spiel den Herz Pepparroni Ein Drohne, attack Hab noch ne Drohne, ihr könnt ihr auch mal hohen Pepparroni ja dann hau doch mal raus das spiel läuft schon eine halbe stunde jetzt zum headquarter mal hoch ja 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 jetzt wieder zu den zelten schlussverkauf wieder zu den zelten ach man fick dich doch ins knie vorne doppelte liegt auf der straße jetzt fern der erste hin die anderen sind wieder in greenhaus er war wieder der dumme den drop holen die werden ja auch gefaltet gerade von drüben von den roten haus betäubt ich gehe rein noch einer um troffi troffi das war dumm von mir gut das drüben im roten haus der robert warte mal voll team ist ja ja ich wollte es gerüstet schrotflinte hatte ja der in der platte bin hinter dir die lang drei leute oben ko alter die mit denen gemacht haben ich habe hier oben nebenan hier oben bei mir ist einer drin übrigens glaube ich komme ja sehr gut er lag da oben ist der dreistung kannst du dir nicht ausdenken muss nur dran glauben gerade in werbung oder sowas kam das alles schon bloß in ruhe mit dem scheiß kassiert von mit korte laut rohner ist kinder mit korter was von der nummer phantomschmerzen wird machen ihr könnt hier nachkommen hier ist nicht noch mal zum shop was gewohnt ich habe noch mal eine drohne geholt jetzt habe ich mir noch mal geht jetzt ruf haltet euch bereit das war auf jeden fall ein guter zug hier ist der smart schlag ist ruhig ruhig immer noch noch mal ein paar drohnen können wir noch mal holen auf jeden fall hier unten ist einer grüne marke kräftige die reise der vorratsstation wurden angepasst ruf ich ich glaube das ist der nächste die wir uns noch mal aufgeben aber auf prison sind sie noch hart das stimmt so jetzt war gar keine auch angebliche das darf die beschrieben von links sind dass so viele alle pfeile nach unten hier rechts war auch noch ein ding ist denn gelegt die sind hier unter uns ein k.o.de ich wurde weggesnipet direkt reingelaufen jetzt hat er mich schnack er ist jetzt mit dem nacken der hat da an oder sie überhaupt ja keine wette und wo bekommst du das ist ein k.o.de ich habe auch kein k.o. ich habe nur noch eine mitte seite irgendjemand hat sich hier restet ich habe einen bestätigt bekommen unten rechts ist er gerade genau in der häuserwand und drüben sind sie alle noch ein k.o.de von der treppe von der treppe vom dach oben die seite bei uns hier oder was ja ja hier ja ja da die andere treppe ist ja die kommt hoch ich bin da ein k.o.de ganzes team ganzes team ein bestätigt es wird noch da unten einer liegt da k.o.de und einer müsste noch leben glaube ich ich gehe von oben ja genau wirklich egal der ist runter gesprungen glaube ich ne hier auf unserer ebene der andere ist runter gesprungen naja egal den lasse ich jetzt dann ich würde oben bleiben den anderen chaoten habe ich nicht bekommen die schießen von rechts nach links von links nach rechts ich weiß nicht hier hinten sind welche da also ich bleibe oben jetzt die gondel nehmen ich bin da ja ja gut dann macht das mal alles gut können hier oben ich habe es anders ich habe ihn wieder gekurvt ach der ist hier unten auch kann nicht jemand resten kommen warte mal ich kann sogar in die zone fliegen ja wenn du das schaffst ja 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 da bin ich leider auch kennst du das ah ja feiten sich dort ich habe eine gasmaske ja ich auch alle hier bei dem haus sind bewegt platten hast du noch jaja genau nur drei reichen aus danke das ist ein langer weg bis zur sicherheitszone wir müssen los ok ich gucke ein bisschen hinten einer müsste in der luft sein einer ist hier ja woher zwei noch den habe ich hier platziere claymore hier unten aktivität das ist ein langer weg bis zur sicherheitszone wir müssen los hier unten irgendwo bei mir hier ist er ich habe schon rutschen gehört ja um das glas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt das ist dann der knecht wir sind gegen einen mensch ja klar aber das ist halt jetzt diese versteckgebäude hier bei mir schritte da ist eins unter mir hier ist da vorsicht vorsicht ist nicht schlecht die oder ritter hat schluss und ja schluss droht Aber das glaub ich ja nicht. Ach, er hat diese Vulgenwaffe oder wie die heißt? Gulben oder gar nicht. Da machst du gar nix. Da machst du nix. Nicht belohnt, ne? Nicht belohnt, ne? Naja, ist halt bei Nova auch immer scheiße. Du weißt nie, wie sie sind. Die können auf allen Etagen sein, ey. Dann müssen wir uns erstmal ne bessere Strategie überlegen. Naja, wir hätten alle zusammenbleiben müssen. Dann wär, glaub ich, hätte nichts passiert, ja. So konnte halt eben noch ein Ander. Ah, ja gut, ja. Jetzt wird er schön anheben hier noch im Chat. GG. GG. Hey guys, sorry, sorry. No problem. We were played. No problem. GG. 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 Die waren ja sogar mal anständig. Die waren nicht. Ja, die waren schon. Dann muss man...